Perfekt. Endlich jemand, der Steine abbaut. Nächstes Abgeld werde ich unbedingt ihre Heilfähigkeit verstärken. So, da oben ist die nächste Stadt. Da, wo sie immer von links kommen. Ah, da sind Türme. So, letztendlich muss ich eigentlich immer nur den Häuptling töten. Dann schließen sich die anderen mir auch an und alle, die da noch leben, sind da noch Krieger, die ich da noch habe. Alles klar. Ja. Das ist, weil... Die greifen mich nicht an. Aber die Türme greifen mich an. Glauben nicht, dass das so sein sollte. Zerstört ist jetzt Basis, heißt aber auch die Quest, okay? Hm? Hm. Ich weiß nicht, ob das ein Steinbuch auch sein soll. Normalerweise steht ja dieses Symbol da. Hier scheinbar. Okay. Schlaf! Stehen! Oh, Heilung. Ich brauche Hilfe! Äh, braucht ihr was? Ich brauche Hilfe! Walrak! Einer unserer Helden ist gefallen! Ich hab gerade hier belebt. Das war's! Der Kall ist Geschichte! Aber wo ist Krell? Versteckt sich von... Genau... Genug! Ältester Ziel... Wo ist... In der Grube. Es darf kein weiteres Blutvergießen mehr geben. Er wird sich euch jetzt stellen, wie ihr es von... An hättet. Ha! Das... Ja, ihr werdet kämpfen, so wie es... Na... Das war's! Das war's! Das war's! Schön! Hier die ganzen Orte einnehmen können. Jawoll! Da bleibt sogar fast zu überlegen, ob man nicht... Und ihr seid euch sicher, dass das keine Falle ist? Bin ich! Zielrach ist der älteste Priester der Feuerzähmer! Er war von Anfang an ge... Aber wie weiß ich nicht, ob ich das gerade gut finde. Ich würd's eigentlich am liebsten nochmal neu laden. Wie ein Krall. Es wird kein weiteres Blutvergießen unter uns geben. Dafür ein Duell. Wie es schon vor Stunden hätte stattfinden sollen, wenn du nicht weggerannt wärst. Das ist lächerlich! Er hat sich mit den Bleichgesichtern verbündet! Es kann keine Weisheit ohne Stärke und keine Stärke ohne Weisheit geben. Ihr kennt die Traditionen. Scheiß auf die Traditionen! Zarrachs Clown! Ich bin Krill! Ich bin dein hoher Häuptling! Und dieses Stück Dreck ist ein Verräter! Wenn es hier einen Verräter gibt, dann dich, Krill! Dir war die Zukunft unseres Stammes immer egal. Und dir ging es... Feiglegen! Ich? Vorsicht! Weshalb? Willst du nicht, dass deine bleichgesichtigen Freunde das erfahren? Warum denn? Gut. Das reicht. Zeig mir, was du kannst, Krill! Ich werde mich nicht zurücknehmen! Es hat begonnen. Geht nicht dazwischen! Verfluchter Verräter! Da bekommst du nicht durch! Geht auf jeden Fall super viel aus! Okay, so viel ist es gar nicht! Gaaaaargh! Gaaaaargh! Gaaargh! 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 Ok, in Bärengestalt kann ich schon mal nicht! Zaubern mehr! Aber er macht deutlich mehr Schaden! es ist vollbracht goa bei sarachs blut bei seinem feuer und bei seinem will das viele von euch heute brüder verloren haben es war eine schlacht die hätte vermieden werden können aber sie war notwendig so wie der euch getan habt dankt ihr habt das möglich gemacht ich bin einfach nur ob ihr es glaubt oder eine frage aber noch bevor wir diese allianz schmieden wofür kämpft ihr wir suchen nach einem heilmittel für den blutbrand und die former stehen damit in irgendeiner verbindung deshalb haben wir lager in mulandir aufgeschlagen und so wie es aussieht brauchen wir zweifel das problem ist dass wir ohne truppen nicht an sie herankommen einer der steine befindet sich in der mitte des schwach interessant na gut wie versprochen bekommt ihr unsere hilfe und ich werde auch da sein und nein dieser teil ist nicht verhandelbar ich will wissen wofür die feuerzähmer kämpfen bis dann da und möge euer blut niemals zu wählen die euch in die schlacht folgen die feuerzähmerorg sind eine aggressive fraktion die den angriff der verteidigung vorzieht epische waffen einhändige axt fügt feinden die von beeinträchtigung getroffen sind 50 prozent extra schaden zu zweihand zweihand einhand zauberwerk aber treffer naja einhand nämlich die so jetzt kann ich vermutlich wieder zum links zurück eigentlich die karte ja noch so gut wie gar nicht erkundet könnte einfach mal hier mal links auf die karte drücken dass er laufen soll damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet und ich glaube auch dass dieser boss kam dieser kampf in der stadt dass das auch ein bug war dass da nur das haupthaus mich beschossen hat ich habe keine rohstoffe ich habe keine ressourcen ich habe nichts gemacht eigentlich ich habe nicht gesehen alles was grünes sind irgendwo noch schauen wir uns das mal an ich frage mich ob ich hier zu dieser karte wieder zurückkomme so level ab sehr gut ich wollte bei ihr willenskraft steigern und wiederherstellung das gebiet ist größer sehr gut ja und er kann konstitution mal kriegen und fähigkeit er ist eigentlich mein tank genau er sollte auch konstitution kriegen ich mag sie mal gesundheit kriegsbär konstitution worum geht es interessant na dann so schauen wir mal was wir hier noch zu finden für die feuerzähmer das level haben wir eigentlich zehn woher geht der denn bitte schon hin wir haben ihn ok das ging dann auf einmal doch schnell an das ging dann auf einmal doch schneller verbrennen wir sie ich werde euch beschützen korporat so das heißt bei mir gehe ich jetzt in einer bürgskraft damit ihre heilung besser wird ah schauen wir uns das mal an so ein schild das geschwindigkeit zaubergeschwindigkeit reduziert ich könnte echt mal einen händler gebrauchen das kann nicht sein ja für die feuerzähmer macht euch bereit war hier nicht noch irgendwo was ich dachte hier hätten wir auch noch ein Zeichen ja 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 oder ja ja ich könnte echt mal einen händler gebrauchen danach werde ich zur menschen tanze gehen guter plan ja Da waren ja wenigstens zwei Heidler und ich hoffe, äh, Heidler sage ich schon, zwei Händler. Und ich hoffe mal, dass die mittlerweile wieder Geld haben, weil ich konnte ja gar nichts verkaufen. Ah, schauen wir uns das mal an. Na, sieh mal einer an. Ich mag Golems nicht. Zalraka. Ich mag Golems nicht.